ExoHunt ist eine von Festo entwickelte Roboterhand. Sie soll den Handlungsspielraum eines Menschen vergrößern. In erster Linie dient sie als Unterstützung zum Greifen. Dazu streift der Nutzer einen Handschuh über. Dieser erfasst die Bewegung des Menschen und überträgt sie auf einen Robotergreifer. Der Nutzer mit Handschuh spürt wiederum durch Kraftrückkopplung, was die Roboterhand gerade greift. Das ermöglicht beispielsweise den Umgang mit gefährlichen Stoffen, ohne diese in die Hand nehmen zu müssen. Die ExoHunt kann aber auch zur Kraftverstärkung eingesetzt werden. Ihre pneumatischen Aktoren verleihen dem Träger dann einen kräftigeren Griff. Auch eine Anwendung im medizinischen Bereich wird getestet. In Kombination mit einer Gehirncomputerschnittstelle kann die ExoHunt für die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten genutzt werden.